Aber geht nicht, wir müssen besser werden im Debtb-d-d-D-D-Daylight. Letzte Runde und ich habe eine scheiß fucking Nervs. Okay, ich denke mal, sie jagt schon irgendjemand. Striche sind weg Chat, wenn sie sich nochmal angepottet kommt, schmeißt du mal Bölle auf den Boden, Alter. Sie kommt zu mir. Sie kommt doch nicht zu mir. Nurse und Spirit. Tut mir leid. Keine Ahnung. Wenn die die richtigen Addons drin haben, habe ich gelitten, aber so richtig hart. So, da meine Kratzer gerade nicht sichtbar waren, ist ja alles in Ordnung gewesen. Aber trotzdem, ich habe keine Chance, Alter. Ja, du kannst hochkommen. Aber wenn das herter Pfad kommt, lasse ich meine Bölle fallen, Alter. Und ich glaube, ich weiß, was fehlt. Wir müssen in Runde zu Runde, wir müssen den Killer des Öfteren mit der Palette schlagen. Das ist das, was uns fehlt, die ganze Zeit. Ich musste, glaube ich, nur ein oder zweimal pro Runde hitten und das war's. Und das ist noch nicht mein Scherz. Wenn ich, glaube ich, das machen würde, hätte ich viel, viel mehr Punkte. Dann hätte ich auch nie einen Pip verloren, wenn ich ihn ein bis zweimal getroffen hätte. Nie. Da ist ein Medkit drin, das ist nice. Das ist sick. Ich glaube, sie hat mich gesehen. So muss es sein, Krankenpfleger. Aber ich muss aufpassen, wie gesagt, mit dem Böller blende ich auch den einen oder anderen. Los, komm. Los, komm. Let's go. Oh mein Gott, ich blende mich selbst. Boah, das ging mal voll in die Hose. Okay, ja. Chat, das habt ihr nicht gesehen, ja? Mann, ich dachte, sie kann sich runterporten. Aber das geht ja gar nicht mehr, oder was? Chat. Kurze Frage. Kann die Nurse sich runterporten? In den Chat. Frage in den Chat. Geht das? Geht das oder nicht? Ich frage für einen Freund. Jen, ich frage für einen Freund. Kann sie. Okay. Also war doch gut, dass ich es eigentlich runtergeschmissen habe, weil ich echt davon ausgegangen bin, dass sie es macht. Ohne Scheiß, ich habe damit abgeschlossen, dass er sich runterportet. Das ist deswegen. Tschüss, Mac. Chat, wir gehen aufs Schiff, holen uns mit geht's. Dann ist das schon mal besser. Das ist zerstörbar noch. Das muss. Aber wir gehen da noch zum Schiff. Da ist ein Mid-Kid. Also zumindest noch nicht. Wir gehen jetzt noch mal zurück und machen den Jen fertig. Aber der war ja schon so gut wie safe, glaube ich, oder? Ja, guck mal hier. Ja. 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 Oh, ich mache den letzten Jen noch gut ist. Ob sie campt oder nicht, das werden wir gleich sehen, Chat. Ich gehe auf jeden Fall erstmal hier hoch. Okay, einen Moment. Ich komme gleich. Hä? Gibst du rauf? Danke. Aber blöd, dass es keiner denn aussieht. Was ist ja auch so. Ja. Ah. Ja. Na, nicht gut. Ich, ich mache das mal kurz, ja? Ja. Ja. Hätte ich mal wieder eine erfolgreiche Runde, dabei ist es die dumme Nurse, ey. Hätte ich mal wieder eine erfolgreiche Runde. Vielen Dank.